Einer von ihm brauchte nur so lange. Meinst du mir wieder Backstelle, äh, ich denke schon, ich denke schon, dass die einzigen sind, die jetzt um die Zeit, dass sie wissen, dass sie im Free und Free gerade Bella auch, die es glaube ich auch Lichtbarte trägt, aber das Inner Cutter Set. Ja, das ist auch so fail. Ja, finde ich auch, aber das würde sie mir halt nicht glauben. Wo ich gemeint habe, allein dein Set-Bonus, was du als Set-Bonus auf den Heileffekten hast, habe ich nur auf meinen Stiefeln. Ja. Wie viel Heileffekt-Bonus hat das jetzt? Ich glaube 140 oder so oder 130. Das ist so lächerlich, also wie gesagt, dafür würde ich nicht das ganze Set opfern. Also zumindest nicht das, was man halt, die kriegst du ja auch erst recht spät, die Heileffekte. Ja, wie gesagt, wir haben es ja bloß wegen HP gemacht. Ja, aber ihr habt nicht das komplette Set getragen. Sie trägt ja das Ding komplett. Zumindest ist das mein letzter Stand, den ich weiß. Kann ja sein, dass sich das mittlerweile auch geändert hat. So, wir müssen hier gucken. Ready for sleep? Yep. Super. Na dann, auf geht's. Da ist doch schon Peterle. Der hat doch jetzt schon wieder keine Lust mehr. Awald... Wollte gerade sagen, muss der Zwerg. Ich glaube, die haben sich alle jetzt schon synchron rausgeholt, kann das sein? Awald down. Ich bin selbst gestunnt. Nein, nicht Pedaler. Ich bin auf der Mage. Bella hat gesleept. Ich sleepe. Ich bin auf der Mage. Okay, ich bin auf Bella. Werdet ihr euch einig, wer die Red Hand sammelt? Ich hab sie fast. Ich glaube, Bella hat gerätzt. Jetzt wird's bitter. Deswegen muss die weg, sie ist komplett auf Licht geskillt, wie ich, die kann auch retten. Den Zwerg, den Zwerg. Peterle hat rettend. Awald ist da. Priester ist down. Ich bin auf dem Mage. Bin gefrostet. Bin down. Ich konnte mich nicht mehr retten. Äh, nicht mehr heilen. Ich versuch, den Mage irgendwie außer Gefehl zu setzen. Edel ist auch weg. Alle down. Sehr schön. Ja, ich hab den Priester mit Ach und Kraft totgequittet. Ja, super, super. So muss das laufen. Wie viel sleep's haben wir noch? Ich hab auch noch. Gut, ich nicht. Leute, die haben aufgegeben. Ich hab auch noch nie. Ja.